Hallo zusammen, heute versuche ich Projekt 400. Ich versuche 400 Kilometer mit meinem Volkswagen ID.7 Pro zu schaffen, der kleinen Batterie. Und weil ich ihn im Winter bekommen habe, am 15. Dezember, war es ja arschkalt, als ich den Reichweiten-Test gemacht habe, sind wir nur 300 Kilometer weit gekommen. Und zwei Wochen später habe ich es dann ohne Heizung versucht, mit den gleichen Temperaturen waren es 340. Und deswegen versuchen wir es heute. Es hat jetzt im Moment so 18, 19 Grad, soll ein bisschen wärmer werden. Es hat gerade ein bisschen geregnet, das wäre ja ganz furchtbar für den Verbrauch. Ich habe schon auf 100 Prozent geladen, fahren wir los und Details besprechen wir auf der Fahrt. Ich bin auf dem Weg und es heißt deswegen Projekt 400, weil es keine klare Sache ist. Also ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr knapp. Ich habe berechnet, meine Strecke wären 351 Kilometer. Ich muss mit 13 Prozent zurück beim Lader sein, dass ich 400 Kilometer Reichweite habe. Mein Verbrauch, Durchschnittsverbrauch muss 185 Wattstunden pro Kilometer sein. Im Moment sind wir bei 186. Erstens sind Kilometer waren bergauf und dann jetzt ein kleines bisschen bergab. Wir werden sehen, wie es dann ist. Normalerweise die ersten 25, die ersten 70, 80 Kilometer sind guter Verbrauch. Dann ist es ein bisschen schlechter. Aber die letzten 10 Kilometer sind brutal bergab. Wir werden es sehen. Ich habe berechnet, dieses Auto hat im Winter 75 Kilowattstunden Energieinhalt. Der Energieinhalt heißt, wie gesagt, deswegen dieser Verbrauch, 185 Wattstunden pro Kilometer. Und danach kriege ich auch 400 Kilometer Reichweite. Ich fahre 133 auf dem Tacho. Das sind 130 GPS, weil ich bescheiße hier nicht. Ich fahre die echten 130, nicht irgendwie nur das, was auf dem Tacho steht. Es hat 22 Grad im Moment. Das ist perfekt. Als ich gestartet bin, im Passau waren es nur 18 Grad. Es ging sehr schnell warm und es hat auch ein kleines bisschen noch geregnet, als ich losgefahren bin. Und es ist sehr, sehr viel los an einem Sonntag. Das ist sehr schlecht für den Verbrauch, weil ich dann oft langsamer fahren muss und wieder beschleunigen muss. Ganz schlecht. Ja, ich hoffe, das wird ein bisschen besser. Das wird stressig. Und ja, wir werden es sehen, ob ich da hinkomme. Ich brauche keine Heizung und keine Klimaanlage im Moment. Und ich möchte das auch hoffentlich so beibehalten. 133. Ja, ich bin bei 87 Prozent, bin 53 Kilometer gefahren. Wir werden sehen, ob ich bei 75 Prozent 100 Kilometer habe. Also 400 Kilometer volle Reichweite. Mein Verbrauch ist im Moment sogar bei 175 Wattstunden pro Kilometer. Im Moment geht es gerade ein bisschen bergauf. Deswegen geht der Momentanverbrauch in die Höhe. Das ist alles okay. Durchschnittsverbrauch, äh, Durchschnittgeschwindigkeit 124 ist okay für das, dass so viel los ist. Ich habe die Sitzkühlung an auf 1, aber keine Heizung und keine Klimaanlage ist auch im Moment okay. Jetzt hat es schon 23 Grad, aber es fühlt sich in drinnen völlig okay an. Schöne kalte Luft bläst gegen mich. Ich bin übrigens im Individual-Mode und habe alles auf Komfort bis auf den Tempomaten. Abstandstempomat ist auf Eco, dass er nicht so schnell reagiert. Uh, gleich geht der Verbrauch in die Höhe. So schnell geht das. Ich bin bei 75% und es waren 106 Kilometer, die ich gefahren bin. Also wunderbar, wenn es so weiter geht, dann sind wir über 400 Kilometer. Mein Verbrauch, 173 Wattstunden pro Kilometer, ist auch super. Immer noch die gleichen Einstellungen, Sitzkühlung, also Sitzbelüftung, aber keine Klimaanlage, keine Heizung. Fahren ist ganz okay. Viel Verkehr, ich muss oft runterbremsen auf 110 oder so und dann wieder hochbeschleunigen. Das ist eigentlich nicht gut für den Verbrauch. Durchschnittsverbrauch, Geschwindigkeit ist 124, das ist okay. Im Moment bin ich ganz happy. Ich hoffe, dass der Verbrauch jetzt nicht unglaublich steigt, wenn ich dann die I-Batern-Strecken fahre. Ich fahre jetzt in Regensburg, fahre ich zurück nach Deckendorf und dann fahren wir in Richtung München. Und dann drehen wir um und fahren wir zurück zum Lader. Es sind dann 351 Kilometer. Die Strecke fahre ich deswegen so komisch, weil in diesem Bereich, in diesen 350 Kilometer, gibt es keine Geschwindigkeitsbeschränkung und keine Baustelle. Und das heißt, ich sollte, wenn alles funktioniert, immer die 130 fahren können. Ich bin bei 50 Prozent und es waren 211 Kilometer. Ich bin also ein kleines bisschen unter dem, also höherer Verbrauch wie bei den ersten 25 Prozent. Immer noch 175, 176 Wattstunden pro Kilometer im Moment. Durchschnittsgeschwindigkeit ist super mit 127. Ich bin sehr froh, allerdings, wenn ich mir die Reichweitenanzeige anschaue, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die Anzeige der Reichweite jetzt nicht so furchtbar genau ist. Ich bin mit 50 Prozent 212 Kilometer gefahren und er denkt, mit den restlichen 50 Prozent kann er 243 Kilometer fahren. Das sind also über 30 Kilometer mehr, wie wahrscheinlich funktionieren. Es kann nicht sein, dass er irgendeine Reserve mitnimmt oder dass er einfach länger braucht, bis er die Reichweite angleicht. Ich habe gerade umgedreht, es hat navigiert zum Lader zurück. Es sind 101 Kilometer zurück und ich habe 196 Kilometer Reichweite, wären also 95 Kilometer Sicherheit. Auto sagt mir, ich komme mit 19 Prozent an, gerade eben vor einer Sekunde waren es noch 20 Prozent. Und ich glaube, das geht nach unten. Wie gesagt, es müssen 13 Prozent sein, dass ich 400 Kilometer Reichweite habe. Ja, das wäre super. Aber trotzdem hört es sich so geil an, dass ich mit 81 Prozent 350 Kilometer fahren kann bei 130 Kilometer im Sommer auf der Autobahn. Dieses Video wurde unterstützt von Tronity. Mit Tronity habt ihr einen Überblick über eure monatlichen Kosten, alle eure Fahrten, eure Ladevorgänge, euren Durchschnittsverbrauch, euer Verhältnis zwischen AC und DC laden und es gibt auch ein 100 Prozent finanzarm konformes Fahrtenbuch. Viele Marken werden unterstützt und ihr könnt entweder die App benutzen oder den Browser. Meine Zuschauer bekommen 25 Prozent Rabatt, wenn sie den Link in der Beschreibungsbox benutzen. Ich bin mit 18 Prozent angekommen, 350 Kilometer gefahren, Durchschnittsverbrauch 174 Wattstunden pro Kilometer. Dann bin ich mit 82 Prozent der Batterie 351 Kilometer gefahren. Das wäre eine volle Reichweite von 428 Kilometer. Huhu, er hat es geschafft, Hank ist der Master. Ich bin voll froh. Ich dachte nämlich, das wird knapp. Aber natürlich heute ohne Klimaanlage, ohne Heizung, 20 bis 24 Grad, 19 Zoll Reifen. War ein bisschen Verkehr. Also mit besserem Verkehr wäre es besser gewesen. Aber mit Klimaanlage wäre es auch weniger gewesen. Ich bin froh, mich freut es voll. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1 und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox. Und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Aber das war es von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020